Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren OpenGL-Tutorial. Im letzten Part hat mir die Sache ja so ein bisschen, naja, in einem unschönen Zustand zurückgelassen, würde ich mal sagen, denn, naja, irgendwie hatten wir ja angefangen, unsere Szene in einen separaten Frame-Buffer zu zeichnen, also im Endeffekt in eine separate Textur. Und das hat insoweit auch funktioniert, als dass wir einfach danach am Ende gar nichts mehr gesehen haben. Wir können es ja mal ganz kurz hier ausführen, da muss man ganz kurz schauen. Irgendwie seit Neuestem will er das nicht mehr richtig ausführen, also irgendwie kompiliert das, aber dann passiert hier nichts. Deswegen, ich glaube, ich muss das hier manuell aus dem Terminal starten. Ist ein bisschen komisch, muss ich mal rausfinden, woran das liegt, keine Ahnung. Falls einer von euch eine Idee hat, woran das liegt, gerne sagen. Also man sieht, wir haben hier den Font, der zeichnet noch ganz normal, aber eben die Hauptszene, wo wir unseren Fahnen hatten, der zeichnet eben gar nicht mehr. Ja, wir wissen zwar, also es sollte wohl funktionieren, dass er in den Frame-Buffer da zeichnet, aber wir sehen davon halt nichts. Und das soll sich heute ändern. Wir wollen heute zunächst mal den Frame-Buffer ganz einfach anzeigen, aber dann wollen wir das Ganze auch nutzen, diesen Indirection-Step, den wir da reingebaut haben, um vielleicht mal einen simplen Effekt, zum Beispiel so einen Schwarz-Weiß-Effekt oder sowas, so einen Grayscale, irgendwie sowas zu basteln. Sowas, was sehr Simples, aber was, wenn wir das nicht so machen würden, ohne den separaten Frame-Buffer, zumindest schwieriger wäre. Wie gesagt, in unserer aktuellen Beispiel-Szene wäre es das noch nicht so schwer, weil wir eigentlich nur den Farben zeichnen. Wir könnten also einfach auch dort Schwarz-Weiß als Farbe ausgeben. Aber wenn wir eine große Szene hätten mit vielen verschiedenen Shadern, dann wäre das jetzt nicht so einfach, alles Schwarz-Weiß zum Beispiel zu machen. Gut, dann wollen wir mal schauen, was wir hier so haben. Genau, wir sind stehen geblieben, wir können auch mal ganz kurz schauen. Für mich ist ja, das letzte Tutorial ist ja schon ein bisschen her, deswegen muss ich auch nochmal ganz kurz reinfinden. Wir hatten hier den Frame-Buffer-Bind und den Frame-Buffer-Anbind. Und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, was wir noch vergessen haben, wir zeichnen ja hier immer einen Frame-Buffer. Für den normalen, also für unseren normalen Back-Buffer, also das, was im Fenster angezeigt wird, haben wir immer so ein schönes GL-Clear. Moment, ich suche das gerade mal, hier oben. Ja, hier haben wir das GL-Clear. Und das machen wir eben für den Back-Buffer, aber noch nicht für den Frame-Buffer. Und für den Frame-Buffer müssen wir das natürlich auch machen, weil ansonsten würden dort auch einfach die Daten von vorher drin bleiben, ist ja klar. Deswegen müssen wir hier entsprechend separat nochmal GL-Clear aufrufen. Einerseits natürlich mit dem Color-Buffer, aber auch mit dem Depth-Buffer. Der hatten wir extra auch angelegt in dem Frame-Buffer, denn wir wollen ja immerhin oder immer noch einen Depth-Buffer haben. Und wir haben ihn ja sogar schon im Frame-Buffer, deswegen wollen wir ihn auch mit clearen hier an der Stelle. Genau. Dann soll das passen, also der Clear ist eingebaut, das soll jetzt alles auch funktionieren. Und dann können wir weitermachen. Die große Sache ist eigentlich, da ist die Frage, mit was wir anfangen. Entweder natürlich mit dem Shader, mit dem wir das am Ende ausgeben, oder wir schreiben schon mal das, womit wir dann später einen Shader aufrufen. Aber wisst ihr was? Ich weiß, wie wir das machen. Wir gehen erstmal hier hoch und wo erstellen wir unsere Shader? Hier. Und wir erstellen hier einen neuen. Also Shader und den nennen wir jetzt mal irgendwie Post-Processing-Shader. So, der hat hier natürlich wieder zwei Shader-Objekte. Und ich werde hier ähnlich wie im Font-Shader, werde ich hier diesmal nur die Shaders-Old-Variante schreiben. Wir werden also zweimal dasselbe verwenden. Einfach damit ich den Code nicht so häufig, oder damit wir den Shader nur einmal schreiben müssen und nicht zweimal für die neue und die alte Version. Und wir können ja genauso gut die alte Version hier mit einer neuen OpenGL-Version verwenden. Von dem her nehmen wir einfach das. Das funktioniert dann auch hoffentlich relativ universell. So, also den Shader nenne ich einfach Post-Process. Den werden wir dann gleich auch anlegen. Jetzt wollen wir erstmal schauen, wie wir den verwenden. Dazu müssen wir mal irgendwo runter. Hier zeichnen wir einen Frame-Buffer und hier sind wir dann fertig mit dem Frame-Buffer. Das heißt, ich würde sagen, dass wir hier dann auch anfangen mit dem Post-Processing. Das heißt, wir zeichnen dann den Font und wirklich sogar noch auf das Post-Processing oben drauf. Also wir machen zuerst das Post-Processing von der ganzen Szene und danach zeichnen wir den Font nochmal drüber. Das heißt, hier drin machen wir entsprechend das Post-Processing. Und dann müssen wir einfach den Post-Processing-Shader aktivieren bzw. binden. Das heißt, am Ende können wir den auch direkt wieder anbinden. So. Und hier drin müssen wir jetzt überlegen, was wir machen. Zunächst mal, das ist jetzt wichtig, wir brauchen ja die Textur. Wir wollen ja irgendwie die Texturen, die wir hier bisher reingezeichnet haben mit diesem Frame-Buffer, die wollen wir jetzt anzeigen. Das heißt, wir müssen die irgendwie beinden. Das machen wir natürlich hier mit glActiveTexture und setzen hier das erstmal auf Texture Zero. Wie gesagt, das sollte standardmäßig schon aktiviert sein, Texture Zero. Aber um sicher zu gehen, wollen wir es hier nochmal separat aktivieren. Und dann rufen wir hier glCall mit glBindTexture auf. Wir haben hier eine Texture 2D. Und ja, da wollen wir jetzt natürlich unsere Frame-Buffer-Texture anzeigen. Das heißt, wir brauchen irgendwie die Texture-ID von unserem Frame-Buffer. Das heißt, wir machen hier Texture-ID. Wichtig ist hier, wir wollen natürlich nur eine Textur und in dem Fall wollen wir natürlich unsere ganz normale Color-Buffer-Textur. So, wir könnten hier theoretisch auch die Depth-Buffer-Textur nehmen und die irgendwie anzeigen. Aber wie gesagt, wir wollen hier erstmal ganz normal den Color-Buffer nutzen. Aber wenn man zum Beispiel Debugging machen möchte, könnte man sowas machen, dass man zum Beispiel statt den Color-Buffer den Depth-Buffer anzeigt. Und dann kann man zum Beispiel den ein bisschen debuggen. Auch ganz interessant, wollen wir aber heute nicht machen. So, genau. Hier dieses GetTexture-ID müssen wir natürlich noch kurz definieren. Das machen wir mal hier drin. Ja, machen wir es mal hier, denn das haben wir bisher noch nicht. Ist aber natürlich wichtig, denn es bringt relativ wenig, in so einen Frame-Buffer zu zeichnen, wenn man ihn nicht irgendwie später auch wieder abfragen kann. Und wir geben hier entsprechend immer Textures-0 raus, was hier immer unser Color-Buffer sein sollte. So, das sollte jetzt theoretisch passen. Irgendwas haben wir wahrscheinlich hier wieder falsch gemacht. Texture-2D, was habe ich hier? Ja, hier habe ich mich natürlich wieder verschrieben. So, oh, jetzt habe ich es an der falschen Stelle. Wollt ihr mich verarschen? Hier, äh, Texture. So, gut. Dann machen wir weiter. Also, wir haben jetzt die Textur gewunden. Jetzt müssen wir natürlich im Shader noch sagen, wo die Textur genau liegt. Ja, ihr kennt es ja, das ist eigentlich ganz normal. Hier Textur setzen. Das heißt, wir fragen Uniform-Location ab von dem Post-Processing-Shader. Die Shader-ID. Und das nennen wir einfach hier U-Texture. Das muss man natürlich gleich anlegen hier im Shader. Und hier hinten dann noch, in welchem Textur-Stort das gebunden ist. In dem Fall eben 0. Dann geben wir hier 0 rein. So, und dann gehen wir einfach hin und rufen GL-Draw-Arrays auf. Und im Endeffekt, wir wollen ja hier diese Textur anzeigen. Und was naheliegend wäre, wäre, dass man einfach sagt, okay, wir machen ein Viereck. Na, brauchen wir irgendwie 4 Vertices. Beziehungsweise, wenn wir keinen Index-Buffer verwenden, nehmen wir einfach 6 Vertices. Und dann passt das. Und das kann man durchaus machen. Allerdings gibt es noch eine einfachere Variante. Und zwar können wir auch so ein Fullscreen-Quad nur mit 3 Vertices. Also nur mit einem einzigen Dreieck hinbekommen. Das ist so ein kleiner Trick. Ist allerdings ein bisschen besser. Kann theoretisch ein bisschen Performance sparen. Und je nachdem vielleicht sogar ein bisschen schöner aussehen. Also, wir werden das nur mit einem Dreieck machen. Und der Trick, ich kann es dir auch schon mal ganz kurz erklären, ist einfach, dass wir das Dreieck größer machen als der Bildschirm. Also wir machen das Dreieck quasi doppelt so hoch und doppelt so breit wie unser Bildschirm. Und dadurch, könnt ihr euch so vorstellen, ist dann der Ausschnitt, den wir sehen, wirklich quasi genau auf dem Dreieck. Ich hoffe, dass es halbwegs... Vielleicht soll ich eher... Soll ich was zeichnen? Ah. Ja, ich hoffe, ihr könnt es halbwegs nachvollziehen. Also wir machen einen Doppel im Dreieck, das doppelt so groß ist. Und dadurch ist dann... Füllt das Dreieck dann wirklich den gesamten Bildschirm. Und die Spitzen vom Dreieck, die sind natürlich komplett weggeschnitten. Die brauchen wir einfach gar nicht. Vielleicht wird es gleich noch ein bisschen klarer, wenn wir den Shader schreiben. Hier sagen wir nämlich einfach nur, okay, wir geben hier Triangles rein. Ist in dem Fall eigentlich egal, weil wir nur ein einziges Dreieck haben. Und sagen, ja, wir haben hier drei Triangles und das war's. Wir geben hier keinen Vertex-Buffer oder sonst irgendwas an. Wir sagen wirklich nur, Door away... So, ja. Wir sagen wirklich nur, okay, wir haben drei Vertices und das war's. Den ganzen Rest werden wir gleich im Shader erledigen. Das ist eigentlich das Spannende. Wir werden also auch die Geometrie im Shader erstellen. Und ich glaube, das ist eigentlich der letzte Schritt, den wir hier angehen sollten. Das heißt, wir gehen hier in Shaders old und müssen hier natürlich zwei neue Dateien anlegen. Das ist postprozess.vs. So. Und dann noch postprozess.fs. So, da haben wir unsere beiden Dateien. Wir fangen mal im Vertex-Shader an. Da ist das eigentlich recht simpel. Wir haben natürlich erstmal hier unsere Version. Das ist jetzt in dem Fall 130. Das benötigen wir auch tatsächlich. 120 würde, wenn ich mich nicht ganz irre, nicht funktionieren mit den Dingen, die wir machen. Und wir brauchen natürlich hier die Text-Coorts, die wir hier weitergeben, dann in den Fragment-Shader. Und da brauchen wir natürlich zusätzlich noch unsere Textur. Also ein Sampler-2D. Und das hat man ja U-Texture genannt. Und das ist dann entsprechend unsere Frame-Buffer-Texture. Und dann haben wir hier Void-Main. Und ich sehe gerade, ich bin hier gefühlt mit den Gedanken schon wieder im Fragment-Shader. Wir brauchen natürlich, wir wollten mit dem Vertex-Shader anfangen. So. Was wir jetzt zunächst mal brauchen ist, naja, diese, müssen diese Koordinaten anlegen für unser Dreieck. Und das wird jetzt ein bisschen, ich werde das mal kopieren. Das ist jetzt vielleicht nicht direkt offensichtlich. Das ist halt einfach quasi eine Formel, die sich etabliert hat. Man muss es nicht direkt, ich glaube, ich zeichne es doch mal, Leute. Dann wird es zumindest ein bisschen klarer, weil aus der Formel kann man es jetzt auch nicht direkt auslesen. Also, wir haben hier unseren, das geht ja auch nicht arg lang, so, das ist unser Bildausschnitt. Und wir legen jetzt ein Dreieck da rein, was quasi doppelt so groß ist. Also haben wir hier oben einen Punkt, hier hätten wir einen Punkt und hier. Das genaue Aussehen kann auch ein bisschen anders sein, je nachdem, wo quasi welche Ecke ist. Aber das Prinzip bleibt dasselbe. Wir haben dann hier dieses Dreieck. Ja, ich versuche es noch ein bisschen gerader. Jawohl, das war richtig gerade. Unglaublich. So sieht unser Dreieck ungefähr aus. Also ihr seht, das ist doppelt so breit, doppelt so hoch. Aber hier durch diese Variante haben wir jetzt diesen Ausschnitt direkt über unserem Bildschirm. Und der Vorteil ist, dass wir keine, wir haben ja keine Kante drin. Hätten wir einen Fullscreen Quad, hätten wir hier drin halt irgendwo eine Kante. Und die kann je nachdem, wie das ist, zu Problemen führen, zumindest zu kleineren. Und deswegen ist es so ein bisschen schöner. Und das Clamping in der Grafikkarte kümmert sich so oder so darum, dass hier dann entsprechend das Ganze natürlich abgeschnitten wird. Wichtig ist aber, dass wir natürlich die Texturkoordinaten richtig setzen müssen. Also hier haben wir quasi auch die doppelte Texturkoordinate. Je nachdem. Man kann natürlich in der Textur dann zum Beispiel Mirror anschalten oder Clamp oder was auch immer. Aber es ist eigentlich komplett egal, weil wir wollen natürlich, dass die Textur oder unser Framebuffer genau hier aufhört. Das heißt, hier hätten wir dann auch quasi die 2x, wenn ihr so wollt. Und hier oben hätten wir dann 2y. Und hier wäre dann entsprechend genau y und x von unserem Framebuffer, damit das eben genau auftaucht. Und im Endeffekt ist die Formel genau das, was das ausrechnet. Wir rechnen hier entsprechend die Koordinaten aus. Das machen wir hier mit dieser Vertex-ID. Das ist eben, die gibt uns im Endeffekt zurück, der wievielte Vertex das ist. Und darüber können wir entsprechend die Position ausrechnen. Darüber können wir auch die Texturkoordinaten ausrechnen. Und darüber können wir dann schlussendlich die Position setzen. Genau, z haben wir hier entsprechend überall auf 0 gestellt. Und w natürlich wieder auf 1. und dann sollte das Ganze soweit passen. Dann können wir jetzt hier in den Fragment Shader erstmal wieder hier selbe Version, 130. Dann haben wir hier jetzt eben die Texturkoordinaten, die wir reinbekommen. Habe ich das Koort oder Koorts? Hier ist das Koorts. Dann machen wir das auch. Muss natürlich immer zusammenpassen. Und hier haben wir jetzt tatsächlich auch unseren Sampler. View Texture. Und dann können wir auch direkt anfangen. Das ist jetzt hier wieder ganz normal. Das kennt ihr ja schon. Zunächst mal können wir hier die Farbe abfragen mit Texture 2D von unserer View Texture und unseren V-Text-Koorts. So. Damit kriegen wir also die Farbe an dem Fragment, an dem wir gerade sind. und jetzt können wir zunächst einfach mal direkt diese Farbe ausgeben. Das heißt, wir haben jetzt hier noch gar keinen Effekt drin. Wir sollten jetzt aber gleich unser normales Bild wieder sehen, also unseren Fahnen. Ähm, ja, können wir eigentlich direkt hier Color. So, okay. Muss ich mal kurz schauen, haben wir hier, ne, Make kann man leider nicht. Okay, muss ich nochmal reinschauen. Ich glaube, die Make-Files sollten in der Theorie funktionieren, tun sie aber scheinbar noch nicht. Na gut, ich habe es hier kurz gebildet und dann können wir es hier auch ausführen. Und, ähm, da haben wir schon ein Problem. Irgendwo im Shader. Schauen wir ganz kurz. Unknown Error in Call. Muss auch ein bisschen hoch. Ui, da haben wir viele Probleme. Ja, da waren wir sogar zu langsam. Jetzt sehe ich unseren Fehler gar nicht mehr. Toll. Nein. Okay, da haben wir es noch. Äh, Varying is deprecated. Ja, aber in unserer Version eigentlich nicht. Aha, wir haben uns hier irgendwo verschrieben. U, Texture. Hier. So, dann schauen wir nochmal. Achso, wir müssen eigentlich gar nicht neu bilden, fällt mir gerade auf, denn wir haben ja nur den Shader editiert. Der brauchen wir ja nur unser Programm neu auszuführen und immer noch nicht. Und immer noch nicht. Error. Undefined Variable. Okay. Texture Koorts. Jetzt muss man hier, wir haben hier leider keine Dinge in Position. Ah, hier, ja klar. Muss ich das auch noch anpassen, denn in der alten Version hieß es, äh, Koort, ohne S. Hier haben wir jetzt ein S dran. So, nochmal ausführen. Ihr kennt es ja, und zack, da haben wir es wieder. Unser Fahren wird wieder gezeichnet, nur jetzt entsprechend über einen separaten Frame Buffer, aber wir sollten hier jetzt eigentlich erstmal keinen Unterschied feststellen, also ob wir jetzt direkt reinzeichnen in den Back Buffer oder eben separat über den Frame Buffer. Das Einzige ist natürlich, klar, die Performance ist minimal schlechter, weil wir jetzt einen Zwischenschritt eingebaut haben. Aber dieser Zwischenschritt ermöglicht uns jetzt natürlich interessante Dinge zu machen. Und wie gesagt, was ich in diesem Part noch kurz zeigen möchte, ist, dass wir eine Art Schwarz-Weiß-Effekt haben. Und dazu, also wir machen hier wirklich erst ganz simpel, dass ein richtiger Schwarz-Weiß-Effekt wäre noch etwas aufwendiger, wenn man in der Regel verschiedene Farben anders gewichten will. Wir machen, das ist ganz simpel, wir machen hier ein Average von Color R plus Color G plus Color B. Also wir nehmen hier alle drei Farbkanäle und teilen die durch drei. Ja, also wirklich Average. Wir schauen einfach, was so der durchschnittliche Farbwert ist. Und dann gehen wir hinten hin und setzen das entsprechend auf Average. Average und Average. So. Und hier hinten setzen wir es auf Color A. Das heißt, den Alpha-Wert, den behalten wir gleich. Das ist auch durchaus sinnvoll, aber eben die Farbwerte, davon wird eben wie gesagt der Durchschnitt genommen und dann setzen wir die Farbe eben auf genau diesen Durchschnitt. Und dann können wir es wieder ausführen. Und zack, wir haben eine Art Schwarz-Weiß-Effekt. Ja. Also ihr seht, das ist jetzt wirklich, ihr könnt auch gerne noch weiter rumspielen, man kann noch viele mehr und interessantere Effekte erzielen. Also wie gesagt, ich kann euch wirklich empfehlen, da mal ein bisschen rumzuverwerken und ihr habt gesehen, wie einfach es das war, hier so einen Schwarz-Weiß-Effekt einzubauen. Und das Schöne ist eben, das funktioniert jetzt für die ganze Szene. Also selbst wenn ihr schon ganz verschiedene Objekte habt mit vielleicht verschiedenen Shadern und so weiter, ihr könnt dennoch die ganze Szene in einem Rutsch Schwarz-Weiß machen oder sonstige Effekte reindrehen. Könnt auch nur, keine Ahnung, eine Farbe zum Beispiel rausnehmen, ihr könnt zum Beispiel den Rotkanal um die Hälfte minimieren und dann, keine Ahnung, könnt ihr gerne mal auch ein bisschen ausprobieren, da kann man bestimmt interessante Effekte erzielen. Falls ihr einen ganz lustigen Effekt habt, könnt ihr gerne auch mal in den Kommentaren mit den anderen teilen. Würde mich auch interessieren, auf was für Ideen ihr da so kommt. Und genau, dann würde ich sagen, was ist eigentlich für diesen Part? Wie gesagt, wir haben jetzt einen sehr simplen Post-Processing-Shader und das ist natürlich auch durchaus so eine Grundlage, denn es gibt natürlich ganz viele Post-Processing-Effekte und ein Spiel ohne Post-Processing wäre eigentlich gar nicht mehr denkbar, zumindest nicht so wirklich und man kann mit dem viel erreichen und eigentlich ist die Theorie dahinter immer, man zeichnet einen separaten Frame-Buffer und macht mit dem dann irgendwas. Hier haben wir jetzt eigentlich somit das Simpelste, weil wir so eine 1 zu 1 Translation haben. Also wir nehmen immer, wir schauen nur für unseren Output-Pixel, was für ein Pixel ist da in dem entsprechenden Frame-Buffer und editieren den vielleicht noch leicht. Man kann natürlich noch deutlich kompliziertere Effekte machen, man kann zum Beispiel einen Blur-Effekt oder sowas machen, dass man dann irgendwie verschiedene Farben in der Nachbarschaft noch mit dazu nimmt. Also wie gesagt, man kann eine ganze Menge machen und ich denke mal, wir werden uns in den nächsten Parts auch noch den ein oder anderen Post-Processing-Effekt separat anschauen. Man kann zum Beispiel auch noch mehr Daten zum Beispiel reinnehmen, wir haben auch den Depth-Buffer, den wir bisher noch komplett außen vor lassen. Mit dem können wir natürlich auch noch mehr machen, damit lassen sich auch viele Effekte erzielen und genau, werde ich mal sehen. Falls ihr spezielle Wünsche habt für Post-Processing-Effekte, die ihr unbedingt mal sehen wollt, die ich unbedingt mal zeigen soll, könnt ihr jetzt auch gerne in die Kommentare schreiben. Da werde ich dann mal schauen, dass ich das entsprechend erstmal selbst anschaue, weil je nachdem kenne ich den vielleicht auch noch nicht, muss ich dann natürlich entsprechend auch einarbeiten, werde ich den aber natürlich gerne auch präsentieren und zeigen, wie man das umsetzen kann. Gut, dann würde ich sagen, war es das für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Part. Dir noch einen schönen Tag und ciao.